In Deutschland werden jedes Jahr in etwa 4 Millionen Blutspenden benötigt, um die Versorgung kranker Menschen zu gewährleisten. Deshalb organisiert der Abiturjahrgang 2023 der Theodor-Vontane-Schule zusammen mit dem DRK-Blutspendedienst Nordost einen Blutspendetermin. Bereits zum vierten Mal findet dieser an ihrer Schule statt. Das Motto der Veranstaltung lautet, Blutspenden fordert wenig und erschafft Unbezahlbares. Mit ihrer Blutspende tragen alle Teilnehmenden entscheidend zur aktuellen Patientenversorgung in der Region bei. Denn mit einer Blutspende kann schon bis zu drei Patienten geholfen werden. Die Aktion findet am kommenden Samstag in der Theodor-Vontane-Schule von 9 bis 13 Uhr statt. Gespendet werden kann ab 18 Jahren. Einen Termin kann man unter der unten eingeblendeten Website reservieren. Achtung, bei dem Blutspendetermin ist das Tragen einer Maske verpflichtend. Personen mit Erkältungssymptomen, Fieber und Durchfall werden nicht zur Blutspende zugelassen.